hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play hier aus die game studio mein name ist master schröder und wir haben hier den tank mechanic simulator von playway beziehungsweise die general world und ja wir schauen mal rein es ist seit langem angekündigt das spiel es sollte glaube ich das erste mal im sommer 2018 rauskommen da habe ich dann noch darauf gewartet da habe ich noch den car mechanic sehr intensiv gespielt und dachte mir hey das wäre doch toll wenn wir dann dort auch panzer mal reparieren können jetzt ist es soweit wir können hand anlegen und können dieses spiel spielen wir gucken mal rein das sieht schon mal sehr interessant aus wenn man einen tiger panzer sieht den man dann vielleicht reparieren kann ich gucke mal ob man vielleicht eventuell die panzer auch fahren kann oder vielleicht fahren wir sie dann einfach mal in world of tanks eine runde aus oder ich fahre damit mal eine runde und dann sehen wir das so support klick hier to opensteam discussions nö 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 will ich erst mal nicht close mal so ich würde ganz gerne erst mal unter extras will ich auch nicht gucken ich will unter settings gucken wir haben video settings fantastic jo das sieht sehr gut aus resolution machen wir natürlich wenn die standard resolution an fullscreen bin not von mir das wird die closing kann anbleiben game hier können wir die language umstellen auf deutsch das könnte jetzt interessiert werden spiel anhalten nach dem minimieren an ja das kann ruhig so bleiben sichtfeld 50 prozent steuerung anzeigen das werden wir alles rausfinden im spiel also wir können es jetzt mal ganz kurz angucken schalter für schleifer modus schalter für lackier modus schalter für den bildschirm so muss ich toggle kompass sk und marker setzen gaspedal bremspedal links abbiegen rechts abbiegen handbremse radio lichtschalter im geländewagen testgelände freie kamera munitions typ wechseln schließen mit primärwaffe also wir können damit auch schließen und wir haben eine taschen schlampe er lampe und interessante objekte können wir uns mit g anzeigen lassen wenn wir draußen unterwegs sind schnittstellen haben wir das radial menü das tablet die konsole nun das ist so ganz gut inspektions an modus in raum des panzers kann man sich angucken montage dem montage ist die eins und die zwei in der wir gucken wir gerät zum entrosten sandpistole wir sehen wie das weitergeht wir wollen also beginnen das ist überblick extra sein wir wollen beginnen und zwar brauchen der panther panzer also kampfpanzer war oder panzer kampfwagen und warum das heißt nicht kampfpanzer wagen pz kpfw kann sein panzer kampfwagen fünf panther und hier haben wir willkommen in der werkstatt haben wir jetzt erstmal einen rundblick sieht das mal ganz gut aus nur das kennen wir ja so ein bisschen sieht eigentlich echt schick aus also so von der grundlegende lampe kann ich anschalten klicken um hoch zu heben umzuschalten kann man anderen ausmachen okay und ich kann sie auch hochheben und kann sie denn hierhin stellen anschalten dass sie hier klicken um abzulegen ah ja okay also hochheben ist so andere maus dass es ablegen und oben wenn man seine sonde hat in der hand hat schaltet man sie um neue mails wir haben eine neue e mail wir müssen uns zum computer der ist dort hinten ganz kurz gucken was wir haben hier natürlich einen schicken anhänger sieht erst mal ganz gut aus können wir das machen erst mal nicht dann haben wir hier so ein paar ja keine ahnung felgenräder nennt man das glaube ich nur hier haben wir eine ganz schön rostige antriebswelle hier haben wir upgrades aber wir können auch wieder upgraden okay also man kann wieder schneller etwas machen etwas schneller laufen und so weiter upgrade verschalten kostet 150 prestige wir haben 150 prestige aber das lassen wir erst mal noch dann lassen wir mal das tutorial für uns halten hier ein schönes fässchen hier haben wir lauter werkzeug guck mal an hier kann auch so einen großen hammer drum dongeln zum entrosten haben wir was ein schlüssel haben wir eine farbspielpistole und eine sandstrahlpistole na gut wenn wir jetzt hier muss was hier auch upgrades okay hier mit schönen stuhl können wir uns aber nicht hinsetzen der stuhl sieht auch schön aus naja ist alles ein bisschen angeranzt der rechner ist auch von anno dazu mal da wird das spiel wahrscheinlich nicht drauf laufen macht aber nix in diesem fenster hast du zugang zu e mails organizer und ersatzteile shop für panzern und die bank für kredite naja falls wir mal einen panzer kaufen müssen kann man ja auch kredit aufnehmen ich weiß gar nicht ob das naja wie das denn funktioniert so wir haben post hat er gesagt also haben wir eine e mail neue e-mails jipp fortfahren alle kontakte das soll gar nichts neue e-mails prüfen ah da neustart ich habe gehört dass sie nach ihrem vater übel was vater über dem panzer unternehmen was ich habe gehört dass sie nach ihrem vater über den panzer unternehmen übernommen haben ich schicke mein beileid na das ist ja mein gott er war mein lieber freund nun möchte ich ihnen helfen zu starten hier ist mein vorschlag zerlegen und reparatur verschlissene teile in meinen kv 1 dann wieder die reparierten teile montieren alles klar nehmen wir doch an den auftrag das kriegen wir also jetzt kriegen also in kv 1 und ich brauche hilfe bei der renovierung ich habe einen team gelang habe ich zeit dafür potenzielle zahlung 13.000 pro stich 37 interesse gibt mir mal bescheid kann ich ihnen und dann auch annehmen habe ich zwei genau ich wusste nicht ob wir zwei panzer draußen rumstehen naja wir werden sehen so darum ist der ausschalter dafür so hier ist auf jeden fall erstmal kv 1 so näher dich dem markierten bauteilen und rückgelangen maustaste dort das ist markiert oder abschleppleine ob so sei jetzt gemacht geklingelt liegen zur demontage so haben wir es demontiert okay gut noch etwas hier ist noch ein teil können front leuchte können wir auch demontieren das zeige man natürlich auch demontieren so radial menü öffnen und das scrollrad im was drücke das kohlrad um das radial menü zu öffnen okay und jetzt haben wir hier lager okay fortfahren drücken sie den markierten button um die panzer liste zu öffnen wd kv 1 dass die ganze panzer liste okay was wurde das schönes und pirsching haben wir noch ein schirmen easy 8 panzer tiger 1 ausführung h natürlich drei ausführung j die ausführung geben panther skfz interessant gut kv 1 wählen wir mal aus also wählen sie den markieren button um eine reparatur zu bestellen reparatur anordnen muss ich wahrscheinlich erst mal durch markieren so erforderliche zeit 60 fortfahren kosten der operation jetzt noch ein bisschen geld und jetzt braucht das hier ungefähr eine minute und dann sind die teile anscheinend repariert okay also kann ich das nicht selber irgendwie reparieren sondern sie werden jetzt so langsam aber sicher für mich repariert ja ist auch ein interessantes system also kamen kennig hat man da halt eben immer so ein bisschen so ein zufalls system gehabt dass man das selber was reparieren konnte und dann hat man da gestanden an der werkbahn und hat immer gehämmert und klimpert ist aber erstmal nicht schlecht also muss man ja auch mal sagen sieht ja schon mal nicht schlecht aus hier da haben wir ja schon mal ein bisschen was der zustand verbessert sich auch ich weiß nicht wo sich das offen lassen oder geht das dann auch extern wieder was haben wir denn hier sowieso alles schöne sommer immer innenraum ansehen oder ja das ist der innenraum des panzers ach komm hier das ist geschützt das ist jetzt ziemlich kurz hier haben wir den sitz des schützen hier haben wir den sitz des fahrers der ist auch sehr bequem gehalten muss man ehrlich sagen die antriebswellen dahin ist der motor natürlich das ist natürlich sehr interessant da kann man ja mal hingucken da haben wir hier oben das sieht schon mal sehr schön aus wenn die lente aber hier wo ist der ventilante da ist der ventilante der ventilator das ist natürlich ein wassergekühlter vielstoffmotor würde ich sagen ich weiß auch gar nicht aber das könnte sein dass wir den komplett auseinander nehmen können mal gucken wie weit wir da kommen so wir sollen in dem montage modus wechseln warte mal da muss ich jetzt erst mal hier dran gucken vordercode flügel klicken zur auswahl doch so klicken auswahl demontage nee wir wechseln zum montage modus montage modus naja also ernsthaft das ist der montage modus demontage modus montage modus das sieht ja aus na gut so jetzt noch mal hier mal die front leuchte die können wir jetzt mal anklicken eine e mail gekriegt und leuchte die müssen das festhalten okay dann können wir das da wieder anbringen so das soll denn so gehen sie zum markierten computer und klicken sie auf ihn alles klar wir gehen zum markierten computer und klicken auf ihn vom computer markiert zum markierten computer und ding ist dazu näher gut okay wir sollen zum computer gehen so geben wir zum computer da soll man den den hier öffnen und sagen wort fahren benötige reparatur zum zustand neustart front leuchten bestellung abschließen so wir haben 2000 dollar verdient wir haben den ersten auftrag fertig und wir brauchen hilfe bei der reparatur von dem t 34 der müsste ja dann jetzt hier irgendwo rumfliegen keine ahnung gehe zum ausstellungsraum zimmer ist noch nicht freigestellt alles klar ok ja gut motor ständer gehe zum hinterhof da können wir hin da müsste jetzt irgendwo so ein t34 rum exilieren den müssen wir nämlich jetzt in die werkstatt bringen ich weiß nicht ob er im hinterhof steht aber ich vermute einfach mal geladen jetzt erstmal eine runde achja parkzone ok also hier mal parkzonen hier können panzer geparkt werden hier gibt es mehr slots als in der werkstatt ferner befindet sich hier schrott und müll aus dem spieler neue ersatzteile bauen können bis zur ausschöpfung der jeweiligen quelle aha hier gibt es also auch schrott den man dann einsammeln kann das haben sie irgendwie von den den schrott brüdern dieselbrübers oder so übernommen wahrscheinlich hier mal müll gucken wir mal klicken mal um zu benutzen haben wir jetzt in 19 irgendwas rausgekriegt ersatzteile ich weiß noch nicht was das ist egal so wie schön ist hier liegen ein paar alle steine rum das ist ganz schön eine buckelpiste hier muss man ehrlich sagen mit uns kind wer hat denn hier solche löcher reingemacht sieht ja aus als wenn hier die noch mal schrott oder mir geht schon doch da mal müll da klicken wir auch um ihn zu benutzen so ich weiß nicht ob ich ihn öfter benutzen kann oder so ich gehe jetzt einfach mal lang das sieht hier ja auch sehr interessant aus muss ich sagen ach ich soll jetzt doch wieder überprüfen computer gehen ein normal wird schifftaste rennt man schneller ok aber man darf hier mal ganz kurz den müll angreifen hier im ausstellungsraum also der zimmer so nicht freigestaltet moment 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 also hier steht auf jeden fall ein t34 rum der sieht echt schon ganz übel aus die wir noch mal zur werkstatt kampfpanzermagen 4 ausführung g ja das ist auch ein schönes fahrzeug ich glaube den gibt es so weiß ich nicht ob es den so und oft jetzt gibt es auch für h gibt es auf jeden fall mit den schürzen so ja wir sollen schon wieder e mails öffnen öffnen e mails gut was wir machen prüfe die e mails prüfe e mails so angebot reparatur ich brauche dringend hilfe beim kv2 schreibt mir bitte schnell es ist wirklich wichtig zeit für den einkauf wählen sie eine e mail aus und akzeptieren sie den kontrakt ich habe einen anderen panzer diesmal zusammengebaut werden muss hier müssen viele teile firma t34 76 im online shop kaufen und montieren sie viel glück kostet 4000 ok das ist anscheinend okay gut aber ja nö den will ich jetzt erstmal nicht machen wir den noch schnell der gehört anscheinend zur weil er hier mit einem sternchen markiert ist zur kampagne so gut also jetzt soll ich zum kaffee gehen das fehlt aber echt ein bisschen was hier fehlt noch ein bisschen panzerung hinten mal kurz hier drauf gehen hier kann ich da mal ob naja da fehlt eine panzerabdeckung so nähe dich dem panzer und öffne das radial menü indem du auf den panzer schaust die habe ich option auswählen panzer status ok panzeranalyse zustand des rumpfes außen sind nur 59 prozent hier sehen wir so ein paar teile und da sehen wir hier da fehlen außen rum weiß ich nicht keine ahnung die erscheinen da zu fehlen so finde die grauen unterlegten bauteile in der liste haben wir gefunden diese baut das sind die bauteile die fehlen und gekauft werden sowie montiert werden müssen präge sie dir die bezeichnung ein und schließe das menü kann ich jetzt hier nicht gehäuse des schaltgetriebes motorgehäuse motorluge auspuff 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 abdeckung auspuff abdeckung kraftstoff tank kraftstoff tank also im einprägen das geht auch wieder schief so ok gut ich versuche es einfach so viele bauten kaufen kosten multiplikator 1,7 moment so gehe zum markierten computer ja kann ich hier ok so wir sind am computer jetzt soll ich denn mal in den shop gehen ersatzteile shop ersatzteile shop fortfahren wir brauchen für den t 34 76 kann man nicht scrollen und dann muss ich das ist ein schönes gefährt so so hier brauchen wir verrostet schmutzig samtgestalt grundiert bemalt was ist das denn um neue bauteile zu kaufen musst du siehst du auswählen und zur kasse klicken so wir hatten rumpf ja hier auspuff zweimal ausfrau abdeckung zweimal kraftstoff tank mal zweimal hinterer kolo kurz flügel gehäuse des schaltgetriebes luke des schaltgetriebes motorgehäuse war zweimal motorluge motorgehäuse war zweimal hat er nicht warum das unterschiedliche motorgehäuse nehmen wir so als mit und so ins winter das ist typisch dass das wieder gleichen namen hat hier ich finde ich denn das auspuff ausbruch abdeckung na gut gucken wir mal ob das jetzt so stimmt neuen panzer kaufen die panzer entwurf kaufen nie zur kasse gehen panzer entwurf noch einen neuen panzer kommen also gehen jetzt zur kasse kostet 2000 und panzer entwurf kaufen hier kannst du entwürfe entwärmen um neue satz herzustellen abbrechen neuen panzer kaufen okay gut wir müssen sehr viel geld verdienen anscheinend in diesem spiel gut wechsel zum montage modus ja moment ich bin auf dem weg so ich ging gelaufen hier moment hoch drauf jetzt noch mal wieder zum montage modus wechseln so und jetzt sehen wir hier einige teile die wir jetzt hier anbauen können und dann gucken wir hier motorgehäuse klicke zur auswahl klicke zur montage okay haben wir so dann das da dran bauen der luke drauf bauen hinten das schaltgetriebe drauf bauen dann können wir hier den kraftstofftank dran bauen ein auspuff die abdeckung die ein bisschen unter den tank also dann müsste man eigentlich erst die abdeckung machen und dann den tank also es ist nicht ganz so detailliert dass man alle einzelnen schrauben festziehen muss ich weiß noch nicht ob ich gut finde oder nicht gut finde es beschleunigt auf jeden fall die ganze sache mit dem kammechanik hat man hier dann doch wirklich jede schraube einzeln hier rausdrehen können aber gut so öffne den eier den organisierer soll man wieder öffnen und dann soll man das hier quasi einmal abschließen so ich brauche bei der renovierung zeit für den einkauf zeit für den einkauf montage zustand alles ist super bestellung abschließen haben wir 4000 dollar verdient und noch ein bisschen prestige wir haben jetzt 185 prestige und ja gucken wir doch mal wie es jetzt weiterläuft was wir jetzt als nächstes machen können das ganze sehen wir in der nächsten folge ich hoffe euch hat gefallen wenn ja könnt ihr gerne leichter lassen und aber ich würde mich riesig darüber freuen wenn wir uns beim nächsten mal wiedersehen und wenn wir die ersten panzer dann mal irgendwann fahren können das würde mir natürlich sehr gut gefallen ich weiß nicht was das hier ist ach das ist eine flasche alles klar gut muss ja auch untersucht werden was hier so alles rumliegt wo hier überall schrott ist ausstellungsraum haben wir noch nicht wir haben auch immer eine eine werkstatt hier das sieht natürlich alles sehr interessant aus ich kann aber wahrscheinlich diese laufkatze da oben im leben nicht benutzen oder muss sie erst über upgrades freischalten was haben wir da überhaupt da gucken wir mal kurz rein da haben wir hier das tablet das kostet das geht ja eigentlich noch und dann haben wir hier zehn prozent billigeres einkaufen im shop das ist auch nicht schlecht passiv business was business der parkplatz der ebene 1 bietet mehr plätze für panzer in der werkstatt 2 ok also hier machen wir die werkstatt mit größer auch relativ günstig mit quatsch können spieler ausgrabungsmissionen weitaus agiler ok ah ja doch da gibt es einiges hier hinten wo man dann punkte für ausgeben kann und auch so einige die hier vorne kosten 10 und das kostet 25 was kostet das kostet 30 das brauchen wir nicht hier hinten haben wir noch eine flex damit wir wahrscheinlich dann schneller bestimmte sachen bearbeiten können ein tablet erlaubt ihr schnell aus der ferne die steuerungsoberfläche zuzugreifen glaube ich erstmal nicht ganz so wichtig ich würde sagen die zehn prozent günstiger kaufen sind erstmal nicht schlecht ich würde auch sagen dass reparaturen werden schneller erledigt und 25 prozent günstiger ist auch nicht schlecht weil das spart immer unser geld und das ist das wichtige unser geld muss ja mehr werden jetzt habe ich ja schon gesagt beschreibung verdientes geld steigt um 15 prozent das ist auch immer gut so geschwindigkeit des spielers naja gut ist mir jetzt nicht so wichtig die leistung aller werkzeuge ist gesteigert um zehn prozent da müssen wir später mal gucken erlangt der ersatzteile gestiegen um 25 prozent das weiß ich auch nicht recycling ist das okay was das hier erlangt das prestige um zehn prozent steigern schrauben aufdrehen schneller um 15 und 20 prozent na gut okay das kriegen wir dann alles noch raus ein bisschen prestigio haben wir schon mal ausgegeben gut wir sehen uns beim nächsten mal bis denn tschüss so 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 Vielen Dank.